Tragt ihn einfach. Er markiert die Quelle, wenn ihr nahe genug dran seid. Ich habe den Ring mit ein wenig Asche aus dem letzten Angriff dieser Aschenbrot verzaubert. Er kann der magischen Verbindung zurück zu ihrem Beschwörer folgen. Die Verbindung ist schwach, also müsst ihr euch der Quelle etwa 30 Meter nähern. Es erscheint immer wieder neue Aschenbrot. Eines Nachts ist ein Teil meines Turms auf mysteriöse Weise verdorbt. Dann wurde mein Diener getötet. Ihr musstet für mich einen Ersatz finden. Ich wurde sogar von Drachen angegriffen. Muss ich noch mehr erzählen? Vielleicht nicht. Offenbar wurden sie auch über Himmelsrand gesichtet. Dennoch gibt es mehr als genug Belege dafür, dass mir jemand nach dem Leben trachtet. Legt doch einmal den Ring an und geht über das Gelände. Legt doch einmal den Ring an und geht über das Gelände. Er ist mehr mit ihm in den Ring an und geht über das Gelände. Zweig, Herr. Alle escort ihn aufórioline. Dann floh solidside. Zeit sein mit euch, Freund. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ich bin eine alte Frau. Ich schaffe das nicht. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihr Pfahlwurzeln besorgt, von den Quellgewässern durchnästen lassen und mir bringen könnt, bezahle ich euch dafür. Ich habe wahrscheinlich ein paar Tränke, die euch interessieren könnten. Azura, erhelle euren Weg. Letz'un Läu Dann Läu Läu Entschuldigung, mein Freund. 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 Okay. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Okay.